Yo, herzlich willkommen zurück zu Nitrospeed Hot Purse Set 2. Und ja, das wollen wir mal sehen hier. Hier geht es dann noch weiter. Genau, weiter. Was steht denn noch so an hier? Ich denke, ich nehme wieder den HSV daran, denn das ist gut. Immer wieder mal ein paar Polizisten abziehen hier. Also, ich habe noch nie gehabt. So, ab geht's. Boah, ist der Gerne-Alang, hab ich gar nicht geblickt. Gut, jetzt liegen wir da schön hier. 19 an County, Verfolgung zu gefährlich, Brecher ab! Gute Idee, es hier rum lang zu fahren. Schauen wir mal. 27 an County, ab seiner Geschwindigkeit auf dem Radar, er fährt über 180. Sogar 230 mittlerweile. Ja, wir haben die Polizisten, das ist ja nicht drauf. Oh, knapp. Kommt man mit dir aus dem Land, ja? Oh, das geht. Nach und fast. Letzte Runde. Ja, aggressiv werden, ja. Oh, oh. Das war nicht so gut. Oh, shit. 27 an County, ich habe ihn verloren. Ja. Ach so. Muss ich jetzt mal wieder aufholen, ja? Ach, zu scheiße. 27 an County, Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer Sportwerk. Klasse. Das ist so ein bisschen doof gelaufen jetzt. Ja, wir schrauben mal. Dann sind wir gerade fleißig in meiner Nähe, ja? 19 an County, hier ist eine verdankt schnell unterwegs. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ich bin immer schnell unterwegs. Speed. Speed. Verstehst du? Das ist die die Hände der Hände der Hände. Ach so, das ist ein bisschen zuerst. Ich habe dir jetzt das Gefühl. Ich habe mich schon dabei aus so. Ach so. Ach so. Der Typ wird noch jemanden überfahren. Breche Verfolgung ab! Dann keiner durfte Verspraßung, sonst werde ich ja niemanden überfahren. Ich glaub, da kann ich sagen, dass wir eigentlich auch weg sind, ne? Aber gut, letzte Runde, dafür hast du jetzt zu spät, oder? Shit. Na komm schon. Bisschen schwierigeres Unterfangen hier aber, ne? Jetzt nicht unbedingt so meine Strecke, glaub ich. Wie auch immer. Dir wird die Gold Trophäe verlieren. Jo, die nehmen wir gerne mit. So. Duell Ford gegen Chevy, okay. Schauen wir doch mal. Jo, fahren wir doch in Chevy, oder? Ja. Aber nicht mehr in diesem verwersen Gelb. Dann wieder so ein Räufliches da. Orange-rot. Rot-orange, wie auch immer. Und nach diesem Rennen mache ich erstmal mit Need for Speed Truck Thurset erstmal eine kleine Pause. Und dann möchte ich gern GTA 5 immer weitermachen. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Okay. Nach dem upon ... Die haupt? Ach so, ihr odernt? deutsch. wir dawnen auf dem Beispiel, verfolgen wir gehen. T DNI إلى 3-2 Sch全 anaer Passpotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotspotsprootgots 27 an County, habe das Fahrzeug aus den Augen verloren. Oh, läuft ja ganz gut, ja, bis hier hin. Oh, shit. Oh, das war gar nicht mal so verkehrt, das ist das Tier am Fallen. Oh, komm, ich fahre noch ein bisschen hinten drauf, und dann habe ich gleich Ruhe vor dir. Läuft doch. 31 an County, der Typ wird noch jemanden überfahren. Breche Verfolgung ab. Glaubst du dich selber nicht? Ja, der Verkehr hier, der hier so spawnt, er liebt aber auch gerne Schilder oben und so was hier, wa? 27 an County, mir hat gerade einer die Türen weggepustet. Ja, warte, zeige ich dir. Nein. Zeige ich dir die Türen weggepustet. Ach du Scheiße. Ja, dann fach ich doch hier durch. Schön durch den Tunnel, ne? Ja, das war's dann mit dem Milikoppler. Hubschrauber 1 an County, ich nähere mich dem Strand. Mach das, Mann. Hubschrauber 1 an County, fliege zurück zum Landeplatz. Das ist die letzte Runde. Hubschrauber 1 an County, ich bin wieder an ihm dran. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein erotischer Poly Corvette Z06. Brauche zusätzliche Einheiten beim Mittelstreifen. 28 an 54, ich bin ganz nah hinter dir. Ja, dann zeig ich mir, was er könnte. Oder auch nicht könnte. Nein. Wow, hier seid mehr Luft, ey. Eigentlich wirst du so langsam ne Schwierigkeitspark anziehen. Gucken Sie sich weiter im Mittelpunkt an den nächsten Rennen. Das ist doch spannend, ne? 28 an 27, los, Fahrzeug ran! Ah, ja, los, Fahrzeug ran! Tschüss! Jetzt sagt er ihm, wie das geht hier. Gefahr ist zu groß, behelde Verfolgung! 31 an County, da ist er wieder. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist eine gelbe Chevrolet Corvette Z06. Ah, macht man. Ich fahr mal ein bisschen in die Zivilinie hier gleich. Herrlich! Hast rein durchgezogen hier. Glückwunsch! Du hast Gold gewonnen! Was auch sonst, ne? Was auch sonst. Yo! Und damit verabschiede ich mich dann in dieser Folge erstmal. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!